Shinchi Okazaki ist ein japanischer Fußballspieler. Karriere Der in der Präfektur Hyogo geborene Okazaki spielte in der Jugend für die Mannschaft der 2. Takigawa Oberschule. Nach seinem Abschluss im Jahr 2004 unterschrieb er einen Profivertrag bei Shimaizu Espolze. In seinen ersten beiden Spielzeiten kam Okazaki nur sporadisch zum Einsatz. Doch etablierte er sich schon bald als einer der torgefährlichsten Stürmer der J. League. Am 30. Januar 2011 wechselte Okazaki zum VfB Stuttgart. Nachdem sein alter Verein zunächst die Freigabe verweigerte, wurde dem VfB am 17. Februar 2011 von der FIFA die Spielberechtigung für den Stürmer erteilt. Am selben Tag debütierte er für die Stuttgarter im Hinspiel des 16. Finales der Europa League 2010 Elftel gegen Benfica Lissabon. Sein Bundesliga-Debüt bestritt er am 20. Februar 2011 am 23. Spieltag bei der 2 zu 4 Niederlage im Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Der Fallrückzieher, mit dem Okazaki am 19. Februar 2012 im Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei Hannover 96 in der Bundesliga sein 8. Bundesliga-Tor erzielte, wurde zum Tor des Monats gewählt. Damit war er nach Yasuhiko Okudira der zweite Japaner, der in Deutschland als Torschütze des Monats ausgezeichnet wurde. Zur Saison 2013-14. wechselte Okazaki zum 1. FSV Mainz 05. Er erhielt bei den Mainzern einen Dreijahresvertrag. Im September 2014 erzielte Okazaki sein insgesamt 28. Tor in der Bundesliga und ist damit der bis dahin treffsicherste Japaner der Liga. In der Sommerpause 2015 wechselte er zu Leicester City. Sein Debüt in der Premier League gab er am 8. August 2015 beim 4 zu 2 Sieg im Heimspiel gegen AFC Sundelland. Eine Woche später erzielte er beim 2 zu 1 Sieg im Auswärtsspiel gegen West Ham United mit dem 1 zu 0 in der 27. Minute auch sein erstes Tor. Nationalmannschaft im Jahr 2008 nahm er mit der japanischen U23-Auswahl an den Olympischen Sommerspielen in Peking teil. Dort bestritt er alle drei Spiele für die japanische Mannschaft, die nach drei Niederlagen in der Vorrunde ohne Punktgewinn ausschied. Im Oktober desselben Jahres debütierte er im Spiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in der A-Nationalmannschaft. In der Folge stand er bei den Qualifikationsspielen zur WM 2010 in Südafrika mehrmals in der Startelf. Mit seinen 15 erzielten Länderspieltoren wurde der trotz seiner geringen Körpergröße insbesondere für seine Kopfballstärke bekannte Okazaki. Welttorjäger 2009 der International Federation of Football History and Statistics. Dabei sorgte er mit seinem Siegtreffer zum 1 zu 0 gegen Usbekistan für die vorzeitige WM-Qualifikation seines Landes. Bei der Weltmeisterschaftshinterunde erreichte er mit Japan als Gruppenzweiter hinter den Niederlanden das Achtelfinale, in dem man gegen Paraguay nach einem 0 zu 0 im Elfmeterschießen ausschied. Okazaki wurde bei der Weltmeisterschaft in allen vier Spielen der japanischen Mannschaft eingewechselt und erzielte gegen Dänemark im letzten Vorrundenspiel den Treffer zum 3 zu 1 entstand. Mit der A-Nationalmannschaft qualifizierte er sich mit nur einer Niederlage als erster der Qualifikationsgruppe A für den Asien Cup 2011 in Katar. Mit nur einer Niederlage wurden die Japaner Gruppensieger der Gruppe A. Von den in der Qualifikation erzielten 17 japanischen Toren erzielte Okazaki 6 und war damit erfolgreichster Torschütze. Am 29. Januar 2011 wurde er mit seiner Mannschaft Asienmeister, nachdem im Finale Australien mit 1 zu 0 in der Verlängerung besiegt worden war. Okazaki erzielte in diesem Turnier drei Tore für Japan. Erfolge Verein J. League Cup Finalist 2008 DFB Pokalfinalist 2013 Englischer Meister 2015 16. Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2010. Persönliche Auszeichnungen Torschütze des Monats Februar 2012 Auszeichnungen Welttorjäger J. League Best Eleven 2009. Sonstiges 2014 gründete Okazaki zusammen mit dem ehemaligen Mainzer Fußballspieler Takeshi Yamashita den Fußballverein FC Basara Mainz. Der Verein spielt seit der Saison 2014 15. in der B-Klasse Mainz-Bingen-West und trägt seine Heimspiele auf dem Sportplatz des SC Mogunzia 1896 Mainz. Aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020